Der Automatikgetriebeölwechsel ist gut, die Automatikgetriebeölspülung ist besser, weil wir dann die ganze alte Ölmenge rausbekommen und auch den Drehmomentbandler reinigen und spülen können. Wir verwenden auch einen Reiniger, damit es auch gewährleistet, das Getriebe nachher besser und ruckfreier schaltet und es ist sogar Kraftstoffersparnis möglich. Jetzt geht es um den Refer zuerst mit der Fehlerabfrage von dem Fahrzeug. So mal, der Triebeöl filter raus. So, der Einsatz hier wird jetzt eingesetzt anstatt dem Ölfiltergehäuse, damit wir die Schläuche anschließen können, damit wir die Triebeölspülung fortsetzen können. Jetzt kommt die Schläuche dran. Jetzt kommt die Schläuche dran. Das ist entwickelt worden, dass die ganzen feinen Kanäle gereinigt werden können. Jetzt füllen wir den Reiniger ein, dann kann ich hier auf den Weltreich das Spülmittel hinzufügen. Jetzt füllen wir den Reiniger, dann füllen wir den Reiniger und muss man 10 Minuten fahren. Da ist noch Fahrer und Papier, wir schalten jeden einzelnen Gang durch, mit 10 Minuten. Dann füllen wir den Reiniger durch, damit der Motor automatisch hochschaltet. Das ist noch nicht so, dass du da bist. Ich mache die greifen im Schäuble, du machst das Reiteröl. Ich mache die Koine ohne Glas. Ich mache die Koine ohne Glas. Das ist noch Wörteröl. Hier kommt das Alkohol raus, jetzt hier in den Behälter wird er gesammelt, auf dem Neugel-Tank, hier ist er in den Betriebe rein, dann Alkohol, das ist gleichzeitig dann ein Alkohol-Tank rein. So, jetzt haben wir mal einen neuen Öffilter rein. Das Alkohol-Tank, das ist ein Alkohol-Tank. Jetzt wird der Alkohol-Tank sein. Dann wird der Alkohol-Tank von einem Alkohol rausgezogen. Die Alkohol-Tank ist in der Alkohol, eine Alkohol-Tank. Als Alkohol-Tank war, wird er noch nicht so gut eingefallen. Jetzt wird wieder am Alkohol-Tank. Dann wird der Alkohol-Tank. Dann abschließend eine Probefahrt und dann, wenn alles okay ist bei der Probefahrt, ist das Auto wieder fertig für den Kunden. Automatikgetriebeölwechsel ist gut. Die Automatikgetriebeölspülung ist besser, weil wir dann die ganze alte Ölmenge rausbekommen und auch den Drehmomentbandler reinigen und spülen können. Wir verwenden auch einen Reiniger, damit ist auch gewährleistet, dass das Getriebe nachher besser und ruckfreier schaltet und es ist sogar Kraftstoffersparnis möglich.